Hallo, hallo, neues Follow me around. Warum sitze ich auf der Treppe? Ja, ich habe gerade meine Schuhe angezogen. Meine neuen Schuhe, die habe ich euch in meinem Haul gezeigt. Wir gehen jetzt gleich ins Schwimmbad und ich muss oben aber noch ganz kurz was vorbereiten. Habe ich total vergessen. Auf meinem Tisch sieht es aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Ich habe nämlich noch ein bisschen was von der Verlosung. Da nehme ich euch auch gleich mit und ich würde sagen, ich melde mich aus dem Auto nochmal bei euch und wünsche euch schon mal ganz viel Spaß beim Video. Da ist die Bella. Bella, komm mal her. Der Max ist jetzt interessanter. Der ist da hinten. Bella, komm mal her. Will nicht. Jetzt kommt sie. Da ist sie. Da ist sie die kleine Feine Bella. Die hat ein neues Halsband bekommen. Schaut mal, so sieht das aus. Das habe ich euch schon auf Snapchat gezeigt. Von Hunter. Ich glaube, das hat 30 Euro oder so gekostet. Also richtig teuer. Aber das bekommt sie ja nicht jeden Tag. Na Bella, neues Halsband war jetzt mal fällig. Na meine Feine, du darfst nicht mit ins Schwimmbad. So, also wie gesagt, wir gehen jetzt nochmal ganz kurz hoch an den Eschisch und dann mit ins Schwimmbad. Und zwar hatte ich mir gestern diese Söckchen hier bei New Yorker mitgenommen. Fand ich total süß mit diesem Schleifchen. Und dann bereite ich gerade alles vor, um Pakete zur Post zu bringen. Und zwar hatte ich nämlich die Foreo Luna 2 auf Instagram verlost. Und die mache ich jetzt soweit fertig. Ich habe hier wieder schönes Füllmaterial. Hier habe ich noch so Sternchen und Seidenpapier und Versandtaschen. Diese hier zum Beispiel, die wurde mir auch schon zugeschickt. Aber ich finde das überhaupt nicht schlimm, wenn ich die nochmal verwende. Also ich werfe das nicht weg. Ich schneide jetzt dieses Blatt durch. Und dann schreibe ich hier die Adresse drauf und klebe das einfach hier vorne dann drauf, damit die Briefmarke eben nicht mehr zu sehen ist. Jo, und das mache ich jetzt. Hier habe ich noch ein Foreo Produkt. Und zwar Iris für den Mann. Ich packe es am besten mal aus, damit ihr es mal sehen könnt. Moment. Und zwar sieht das Ganze so aus. Das wird jetzt mein Mann testen. Ich habe das ja auch schon in der pinken Version. Ich bin total zufrieden damit. Und jetzt bin ich mal gespannt, was mein Mann dann dazu sagt. Und hier habe ich noch ein Paketchen für meine Mama zurecht gemacht. Diesen Champagner hier, den hatten wir ja auf unserem Zimmer, als wir zur Berlinale eingeladen wurden. Und das werde ich jetzt schön einpacken für meine Mama. Und hier sind noch die Produkte von Botanicals drinnen, weil meine Mama die auch gerne mal testen möchte. Jo, und das mache ich jetzt soweit alles fertig. Und dann bringe ich es zur Post. Ich habe das jetzt doch lieber hier nochmal in diesen Karton rein. Und zwar sind das die Produkte, die ich in meiner Goodie-Bag hatte. Das würde ich jetzt gerne meiner Mama eben, wie gesagt, schicken. Und diesen Karton an sich, den hatten wir bekommen, als wir die Einladung zugeschickt bekommen haben. Und zwar sah das Ganze so aus. Kann ich euch ja gerne mal zeigen. Hier war eben alles drauf gestanden. Und dann war in diesem Karton noch diese wunderschöne Seife. Dieses Glas hier mit dem Eiffelturm. Dann ganz schönes Papier und so weiter. Und wie gesagt, das werde ich jetzt alles meiner Mama schicken. Ich habe ihr jetzt hier noch ein Parfum von Hunkemöller mit rein. Werde das alles noch ganz sicher verpacken. So kann ich das natürlich nicht lassen. Auch diesen Champagner hier kann ich so nicht lassen. Ja, weil ich natürlich Angst habe, dass das kaputt geht. Außerdem fehlen noch ein paar Sachen hier in der Box. Aber ja, jetzt muss ich erstmal hier alles schön einpacken und hole euch dann später nochmal dazu. Ich habe noch schnell zwei Karten geschrieben. Ich finde die total lustig, was da drauf steht. Mag ich sehr gerne. Und habe natürlich hinten drauf noch ein bisschen was geschrieben. Und jetzt muss ich das aber wirklich zur Post bringen. Das sind wir wieder. Wir sind jetzt ganz kurz zum Mediamarkt. Alessandro hat sich nämlich gerade seinen Wunsch erfüllt mit seinem Kommunionsgeld. Ne, Lassi? Und im Schwimmbad war es auch total schön. Wir gehen jetzt davor zu Rewe. Einkaufen. Und den Einkauf zeige ich euch später. Und vielleicht gehen wir auch noch ein bisschen in die anderen Geschäfte. Ne, Lassi? Ja. Aber du bist jetzt glücklich, oder? Mit deinem Geschenk. Sehr. Okay, also. Ich melde mich später dann nochmal. Wir fahren jetzt nach Hause. Also, das Licht ist jetzt nicht das Beste, wie man sehen kann. Und Lassi, bist du angeschnallt? Ja. Okay, sehr gut. Leute, ich bin so müde. Ich hatte heute Nacht vier Übernachtungskinder plus meine vier. Es ist echt abnormal. Und heute Morgen um fünf habe ich dann zu den Jungs gesagt, sie sollen mal den Schnabel halten. Es reicht, ne? Ich bin so, so müde. Echt, boah, vorhin im Mediamarkt, mir sind fast die Augen zugefallen, als der. Mitarbeiter alles erklärt hat. Boah, ich so, am liebsten hätte ich geschlafen. Naja. Egal. Wir fahren jetzt nach Hause. Jetzt passiert nicht mehr ganz so viel. Es gibt Abendbrot und so weiter. Das Abendprogramm eben. Ich würde sagen, ich melde mich morgen nochmal. Dann bin ich wahrscheinlich auch ein bisschen fitter. Mal schauen. Also, bis morgen. Beziehungsweise im Anschluss zeige ich euch jetzt den Einkauf. Ja. Machen wir es einfach so. Ich zeige euch jetzt den Einkauf noch. Bis dann. So, das ist jetzt mein Einkauf. Ich gehe das mal ganz kurz mit euch durch. Und zwar habe ich zum einen diese Laugenstangen hier. Die habe ich ganz gerne im Gefrierfach. Für Notfälle zum Beispiel. Dann habe ich diesen Ofenkäse. Den esse ich gerne mit meinem Mann zusammen abends. Paprika. Einen chinesischen Apfel. Birnen. Eine Erdkohlrabi. Avocado. Banane. Pesto. Dann liebe ich diese Honiggurken. Oh mein Gott. Ich liebe sie. Dann habe ich hier Mandarinchen. Käse. Käse. Was fürs Frühstück. Heidelbeeren. Und Tomaten. Was zum Backen. Ein Fenchel. Getrocknete Tomaten. Und das hier. Das wollte ich mal ausprobieren. Jo. Ach und hier habe ich noch eine Gurke. Jo. Das war jetzt unser Einkauf im Überblick. Ach hier habe ich noch was für meinen Geschirrspüler. Wollte ich mal testen. Lecker Mittagessen. Ich habe nochmal den Stromboli gemacht. Habe auch die Kamera mitlaufen lassen. Damit ihr das Rezept dazu dann habt. Mh lecker. Sieht gut aus. Und für meine Kinder habe ich selbstgemachte Pizza gemacht. Hier ist noch der restliche Pizzateich. Und hier ist keine Salami drauf. Weil der Alessandro keine Salami isst. So. Lasst es euch schmecken. So. Ich wollte euch kurz zeigen was mir der Postbote gebracht hat. Was ich mir so bestellt habe. Und zwar zum einen bei Amazon. Diese Sonnenbrille hier. Ich habe immer wahnsinnige Probleme Sonnenbrillen zu finden. Beziehungsweise Brillen überhaupt. Ich habe ja ein sehr schmales Gesicht. Und deshalb habe ich mir diese Sonnenbrille hier nochmal nachbestellt. Ich habe die eigentlich schon. Aber die ist so zerkratzt. Ich habe die auch schon acht Jahre oder so. Und deshalb habe ich mir einfach dieses Modell nochmal nachbestellt. Ich weiß, dass sie mir super gut gefällt. Dass sie mir gut steht, wie ich finde. Und ja, jetzt freue ich mich, dass ich eben eine ganz neue habe. Dann habe ich mir noch dieses T-Shirt hier bestellt. Und dieses Kopfband hier. Das hat hier innen drin so ein Draht. Und dann kann man sich hier oben so eine schöne Schleife machen. Und dann habe ich noch das hier bestellt für meine Männer. Und zwar Socken bei P&C. Ich versuche das mal aufzumachen mit einer Hand. Was ein bisschen schwierig ist. Und zwar, ja, waren die reduziert. Also die haben keine 34,95 Euro gekostet, sondern 20 Euro. Sind drei Paar Socken drin. Und dann habe ich hier noch dieses Schätzchen hier. Das packe ich jetzt mal aus und zeige es euch mal. So, ich habe es geschafft. Ich habe es ausgepackt. Ein riesen Teilchen. Oh mein Gott, ich freue mich so, so sehr. Und zwar wisst ihr ja, dass ich eine absolute Teetrinkerin bin. Ich liebe es einfach. Und jetzt bin ich mal total gespannt, wie dieses Schätzchen hier funktioniert. Von Molex ist es. Und der Max, der soll mir jetzt mal helfen, das auszupacken. Und jetzt bin ich mal gespannt, was hier noch drin ist. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Schauen wir einfach mal. Moment. Ach, da ist so ein Rost drin. Genau, das haben sie jetzt nämlich ganz neu bei Molex. Da könnt ihr nämlich zum Beispiel Gemüse... Moment, ich habe es gleich. So. Gemüse garen, beziehungsweise Fleisch drauflegen. Und dann durch diese Kasserole habt ihr die Möglichkeit, das Ganze eben zu dämpfen. Ja, bin ich auch mal gespannt. Da könnt ihr gerne mal auf Snapchat schauen, wie ich das Ganze verwende. Ich teste mich dadurch. Und über dieses Schätzchen, wie gesagt, freue ich mich total. Das werde ich jetzt auch dann gleich mal testen. Und machen wir einen leckeren Tee. Und wenn ihr möchtet, kann ich euch die Produkte auch mal unten in die Infobox verlinken, damit ihr nicht zu lange suchen müsst. Also, falls euch die Brille zum Beispiel gefällt oder eben das Shirt. Oder wenn ihr noch ein schönes Haarband sucht. Oder eben Socken für eure Männer. Max! Das lasse ich drin. Purple Rain! Oh mein Gott! Max, jetzt mach mir dieses Ding da mal an. Bring das zum Funktionieren und hol bitte die Kartoffel hinten weg. Also, ich mache jetzt ein Sandwich für den Lassi. Hat er sich gewünscht von Subway. Und der Max, der bringt jetzt dieses Teil hier zum Gehen. Ihr wisst Bescheid. Deutsch, ey. Max, was hältst du davon, nochmal Purple Rain anzumachen? Bitte! Komm, hör mal auf die Mama. Der lacht sich gerade vor den Ast, der Max. Okay, mit einer Hand geht es gerade nicht. Moment. Moment. Die Brötchen hier hat mein Mann geholt beim Bäcker. Die sind jetzt nicht mehr so frisch. Aber ich schneide die jetzt längs auf, damit die noch gegessen werden. Ganz klar. So, ist eigentlich nicht Original-Sandwich von Subway, ne? Natürlich nicht. Eigentlich kommt nämlich noch Käse drauf, Salat und Tomate und Gurke und haste nicht gesehen. Aber der Alessandro möchte das nicht. Deshalb wird er das dann jetzt so gleich essen, wenn das so richtig schön geröstet ist. Ich hatte gestern ja den Stromboli gemacht und hatte noch Füllung übrig. Und ich hatte euch auch erzählt, dass man einfach dazu Nudeln abkochen kann und eben, ja, die Füllung drauf machen kann. Hm, Balsamico-Dressing sieht jetzt nicht mehr so appetitlich aus, aber wir lassen es uns jetzt schmecken. Auf geht's zum Kieferorthopäden. Ich bin schon wieder gestresst. Meld mich aus dem Auto bei euch. Da sind wir wieder. Wir fahren jetzt zum Kieferorthopäden. Also der Max fährt. Und ich kann auch endlich die Pakete zur Post bringen. Da sind sie. Es ist nämlich bei uns im Ort total nervig zur Post zu fahren. Und da gibt es keine Parkplätze. Und das ist, also wie gesagt, total nervig. Und deshalb, ja, rechts, deswegen gebe ich sie jetzt hier in dem Ort ab. Wir müssen hier über 20 Kilometer fahren bis zum Kieferorthopäden. Und da geht es jetzt hoffentlich ganz schnell. Wie gesagt, das sind die Pakete der Verlosung. Und der Moritz, der ist auch dabei. Und ja, das erledigen wir jetzt alles schnell, ne Max? Und da vorne, also muss alles geradeaus. Und dann irgendwann rechts. Ich sag dir Bescheid. Ja, Max fährt gut Auto. Ja, macht er gut. Was wollte ich noch nicht sagen? Ja, ich bin total genervt von diesem Wetter. Mir ist saukalt die ganze Zeit. Und ich freue mich schon auf den Frühling. Und habe schon voll die Frühlingsgefühle sowas putzen und so betrifft. Da könnt ihr mir ja mal sagen, wie das für euch ist. Also alles schön so zu dekorieren. Und ja, einfach alles so schön wieder zu haben. Also nicht, dass es nicht schön war die ganze Zeit. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine, oder? Max, jetzt ein bisschen langsamer. Ich glaube, wir müssen da vorne, ja, da siehst du es schon, da vorne rechts dann abbiegen. Da ist dann die Poststelle. Okay, also ich melde mich später nochmal. Jetzt gebe ich erstmal die Pakete ab. Ja, schau, da steht's. Post. DHL. Okay, also wir melden uns später nochmal bei euch. Bis dann. Tschüss. Erledigt. Tada. 13 Euro habe ich jetzt bezahlt. 13 Euro für zwei Pakete. Ich habe die jetzt versichert weggeschickt, weil da die Luvia-Produkte drin waren von der Verlosung. Und das wäre mir jetzt irgendwie zu heikel gewesen, dass die verschwinden. Deshalb habe ich jetzt hier den Nachweis, also falls das Paket nicht ankommt. Und ja, voll teuer. Fast 14 Euro sogar habe ich bezahlt. 13,98 Euro. Ach du meine Güte. Jetzt sammeln wir gleich noch den Moritz ein. Der ist jetzt fertig beim Kieferorthopäden. Der hat schon angerufen. Der stellt sich jetzt da gleich beim Edeka hin. Und dann können wir den einsammeln, fahren nach Hause. Dann muss ich schnell den Dessandro fertig machen. Der hat nämlich dann Fußballtraining. Was musst du noch machen heute, Max, Schatz? Lernen. Der Max muss noch lernen. Ja, so ist das. Und ich melde mich dann von zu Hause nochmal bei euch. Tschüss. Tschüss, Max. Tschüss. Da ist gerade ein Autofahrer, der guckt mich total komisch an. Ist egal. Ist egal. Eben muss man gucken. Ne, ich brauche nichts vom Kupsch. So, wir haben jetzt den Moritz eingesammelt. Und jetzt geht es nach Hause. Wie gesagt, der Alessandro wartet schon. Der hat nämlich dann Fußballtraining jetzt zum zehnten Mal. Und der Max, der muss dann noch ein bisschen lernen. Und dem Luki mache ich dann noch das Mittagessen. Genau, der hat ja immer recht lange Schule. So, und jetzt konzentriere ich mich hier mal ein bisschen. Pass auf, wie der Max so fährt. Aber er fährt wirklich gut Auto. Habe ich das schon erwähnt? Okay. Also, bis später. Tschüss. Ich melde mich doch nochmal bei euch. Es könnte was Längeres werden. Wir haben nämlich ein LKW vor uns. Begeisterung. Ich habe jetzt gerade mal meine Brille runter. Deswegen ist es jetzt hier wahrscheinlich gerötet. Und ich habe vorhin diesen Look für euch geschminkt. Das habt ihr euch nämlich gewünscht. Und deshalb habe ich auch diese Bluse hier an. Weil ich die auf Snapchat anhatte mit diesem Look. Und da wolltet ihr eben ein Video dazu sehen. Das Video muss ich aber nochmal drehen, weil es nicht so gut geworden ist. Ja, vom Licht hat es mir überhaupt nicht gefallen. Jetzt muss ich es halt nochmal drehen. Naja, mal schauen, wann ich dazu komme. Und wann wir endlich zu Hause sind. Ich glaube, das wird hier echt was Längeres mit diesem LKW. Max ist schon total begeistert. Aber das gehört eben auch zum Autofahren dazu. So ist es. Es wird immer nur Gas geben. Also, wir melden uns später nochmal bei euch. Ich glaube, jetzt passiert nichts mehr Spannendes. Oder Max? Oder wollen wir irgendwas erzählen? Nee, lass mich nicht. Wenn wir live gehen, ist das immer total lustig mit Max. Und ja, auf Insta, Instagram gehen wir manchmal live. Und der Max ist dabei. Und das ist so lustig. Wir haben da so einen Spaß. Da wird man süchtig danach. Da kann man irgendwie nicht abschalten, ne Max? Das ist immer so lustig. Ja. Und ihr stellt uns immer ganz viele Fragen. Das macht voll viel Spaß. Das ist wie Skypen. Skypen mit euch. Nur, dass ich euch nicht sehe. Also doch nicht Skypen. Naja, egal. Also, wenn ihr wollt, wenn ihr da mal dabei sein wollt, dann könnt ihr ja mal bei Instagram vorbeischauen. So, und jetzt konzentrieren wir uns weiter aufs Fahren. Hallo, hallo. Da ist die Mama natürlich total stolz, ne? Ja. Ja. Und wir müssen dann heute Mittag noch ein bisschen üben. Also, ich werde mit dem Lissandro noch ein bisschen üben. Der muss nämlich morgen, also die schreiben morgen einen Unfallbericht. Ja. Ne, Lissi? Und da üben wir noch ein bisschen. So. Und bevor jetzt noch alle gucken hier, mache ich mal von hier aus Schluss. Ich zeige euch dann, wie der Lissandro aussieht. Ein Vorher-Nachher-Bild bekommt ihr. So sieht der Lissandro jetzt vorher aus. Ja. Und der weiß ganz genau, wie er es haben möchte, ne, Lissi? Ja. Ist ein bisschen schwierig wegen den Locken. Aber kriegt man jetzt hin, ne, Lissi? Ja. Und, Lissi, bist du zufrieden? Ja. Ist jetzt schon ein ganz schön großer Unterschied, finde ich. Ich finde, das sieht gut aus. Danke. Gefällt es dir? Ja. Hat die Luana gut gemacht, ne? Ja. So, da sind wir wieder fertig beim Friseur. Moritz ist beim Tennis. Wir fahren jetzt einkaufen. Hier ist meine Liste. Der Lissandro möchte nämlich backen. Mein Luki ist auch mit am Start. Und ich wollte euch noch was richtig Cooles zeigen. Das hat mir meine Freundin geschenkt. Das ist so eine geile Erfindung. Das habe ich noch genau gebraucht. Ich drehe euch mal kurz um, damit ich es euch zeigen kann. Und zwar, schaut mal, das ist mein Handy. Und ich kann quasi, also ich habe hier so eine Halterung jetzt. Tada. Und das ist ein Magnet. Und hier hinten an meinem Handy ist ein Magnet. Und dann kann ich mir das hier so dran machen. Und das Ganze als Navi benutzen. Beziehungsweise, keine Ahnung. Irgendwie, ja, meine Handy halte ich. Und hier hin machen. Ist das nicht genial? Ja, also ich finde es richtig geil. Ich glaube, das hat sie bei Amazon bestellt. Ich muss das halt noch gescheit befestigen. Am besten weiter oben. Das war ja jetzt nur ein Test. Aber ich freue mich so, dass ich das jetzt habe. Und jetzt geht es, wie gesagt, zum Einkaufen. Los geht es. Anschnallen und losfahren. Wir machen jetzt erst mal Pancake-Teig. Und dann kommt die Füllung. Magst du rühren, mein Schatz? Ja, mache ich. Schwer. Ja, das ist schwer. Ganz fest. Oh, unsere Butter. Wir brauchen nämlich geschmolzene Butter. So, jetzt müssen wir die Oreo-Kekse klein machen. Das macht Spaß, ne, Lassi? Ja. Gut. Super. Und hier ist dann der Rest. Machst du auch noch. Und ich kümmere mich um die Pancakes. Hier sind jetzt unsere Pancakes. Hier hat Alessandro die Oreo-Kekse vorbereitet. Die Sahne habe ich geschlagen. Alessandro hat natürlich geholfen. Und hier sind die Erdbeeren. Und jetzt schichten wir das Ganze. Und Alessi, der freut sich schon voll. Traust du dir das zu? Nicht ganz. Komm, das schaffst du. Also nimmst ein Pancake. Dann das. Sahne. Genau. Streichst du so drauf. Oh, das ist so viel. Genau, versuch es einfach. Nein. Ja, so. Genau, richtig. Super machst du das. Da geht so wenig drauf. Ich brauche einen zweiten Löffel. Ja. So, Alessi hat sich jetzt einen zweiten Löffel geholt. Genau, richtig. Sehr gut. Ja. Schön verstreichen. Und dann nimmst du dir von den Oreo-Keksen. Das streicht sich nicht so gut. Ja, es muss ja nicht ganz so ordentlich sein. So, jetzt kannst du das wieder hier reintun. Sehr gut. Und jetzt nimmst du die Oreo-Kekse. Bröselst das schön drauf. Ja. Richtig. So. Noch ein bisschen mehr. Und wenn du magst, kannst du jetzt Erdbeeren noch ein bisschen. Vielleicht eine. Eine oder zwei. Super. So, und dann noch eine kleine. Ja, und dann kannst du dir noch ein Pancake nehmen. Und da. Und dann schichtest du das Ganze. Jetzt kommt wieder Sahne. Jawohl. Sehr gut. Ja, Übung macht den Meister. Das macht Alessandro gerade zum ersten Mal. Ja. Wir testen das Rezept nämlich heute mal. Ein bisschen mehr. Sehr gut. Ich hole euch dann jetzt gleich nochmal dazu, wenn wir soweit sind. So, der Lessi ist ganz stolz. Er hat es geschafft. Ja, das war jetzt mein erster Oreo. Erdbeer. Pancake. Torte. Ja. Könnten wir dazu sagen, oder? Ja. Unsere Kreation. Schau mal, so sieht das Ganze aus. Und das ist gar nicht so einfach jetzt gewesen, ne? Ja. Wenn du magst, kannst du schon mal anfangen, mein Schatz. Und ich mache hier mal weiter. Na, ich warte noch auf dich. Wartest du auf mich? Ja. Oh, das ist aber lieb. Okay, dann mache ich jetzt hier die restlichen. So sieht es jetzt hier aus. Und dann hole ich euch nochmal dazu. So, der wird jetzt für meinen Mann gemacht. Schön mit Sahne. Oh, mit links ist das jetzt gar nicht so einfach. Oh, das ist noch zwei Löffel. Ah, ich muss euch nochmal dazu holen. Ich schaffe das nicht mit links. Moment. So, und jetzt machen wir noch einen drauf. Und zwar den hier. So, und ich habe gerade meinem Mann, ich kann es euch mal zeigen, dieses Bild hier geschickt. Damit er Bescheid weiß. Das Bild habe ich hier vom Lissandro gemacht, damit er Bescheid weiß, was ihn erwartet. Jetzt mache ich hier aber noch eine Schicht drauf. So, und jetzt seht ihr das Ganze auch mal bei Tageslicht. Ich habe nämlich noch einen gemacht. Boah, so lecker. Boah, so lecker.